Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, hab ich mir gedacht, was könnte denn noch nackt Spaß machen und ich bin darauf gekommen, Fallschirmspringen. Schauen Sie sich das hier an. Okay, den Fallschirm haben Sie noch angezogen. Sicherheitsheiler, man weiß ja nie. Und jetzt gleich, passen Sie bitte auf. Passen Sie bitte genau auf hier.